ja meine freunde was ich da herzlich willkommen zu einem neuen video ja wir sind heute wieder englisch unterwegs ja mann sogar vogel ist verwirrt ja freunde wir warten seit eine stunde auf mohamed und wir müssen videos drehen und der schläft einfach und wir warten immer noch bis er die tür aufmacht ja freunde endlich endlich der hat wieder aufgemacht die tür hier sehen wie die aussieht wir wollten halt jetzt straßen fragen drehen aber 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 wir haben endlich jetzt ein schönes wetter aber niemand sagt ja guck nicht so ja wir schauen mal dann ob wir was finden ich weiß nicht heute ist kalt heute ist heute ist einfach was gedacht meine freunden herzlich willkommen zu meinem neuen video okay wie ihr sehen könnt wir sind zu heute was wir machen aber wir werden heute lebt ja lebt diesen challenge in englisch da draußen aber die haben halt köpfe an und die werden und die werden die gleiche musik anmachen und die halt laut laut halt und dann werde ich einfach irgendwas erzählen und die mussten dann einfach checken und like das video und abonniert dann fangen wir an mit dem video ok leute die 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 hören mich gerade nicht weil die musik anhaben vielleicht hört ihr hört man ok jetzt fange ich mal an erste frage ist 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 die ist die wimpern geklebt ist die wimpern geklebt ist abgeklebt ist die wimpern geklebt ist die wimpern geklebt ist die wimpern geklebt es ist die wimpern geklebt ist die wimpern geklebt als teilschne eyeber, warum nehmt ihr euer bochtet Was? Warum habt ihr euren Bart rasiert? Warum nehmt ihr euren Bart? Echt? Warum habt ihr den Bart rasiert? Was hab ich gesagt? Du hast gesagt, warum habt ihr diesen Bart... Euren Bart rasiert? Nein! Meins war richtig! Das war aber schlecht durch... Ja Freunde, wenn ich irgendwas frage oder irgendwas erzähle, wenn die von den beiden wissen, was ich meine, dann sitze ich auf seinem Platz und der sitzt dann auf meinem Platz, dann steht der Frage. Dann fangen wir an. Euer Lippen sieht aus wie ein Duli. Eure Lippen? Eure Lippen sieht wie... Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Eure Lippen sind... Schwarz aus! Nein! Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Eure Lippen sieht aus wie ein... Hugo! Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Juli? Duli! Halt den Maul! Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Eure Lippen sieht aus wie ein Nudeln. Wie Nutella! Okay. Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Eure Lippen sieht aus wie ein Duli. Juli! Gumi! Eure Lippen sieht aus wie ein Guli. noch mal euer lippen sieht aus wie ein dhuli ich habe doch nur die gesagt eure füße stinken jetzt sehen wir was sie machen ihr seid beide hässlich ihr seid hässlich ihr seid hässlich ihr seid hässlich ihr seid ja genau habt ihr was gegen schwulen habt ihr was gegen schwulen habt ihr was gegen schwulen wie viel geld habt ihr was geht ab wie viel geld habt ihr was ist das für eine frage ist wurscht hauptsache fragen was ist eure sternzeichen was ist eure sternzeichen was geht was geht ihr hässlich was ist eure sternzeichen wie geht es euch hier hässlich was eure sternzeichen was ist eure sternzeichen seite bereit mädels und jungs und mädels mädels und jungs also autoritar prev champions ihr habt ihr wo eine frage eigentlich arschare suffering habt ihr eigentlich arschare strength hast du gut habt ihr arschare habt ihr anchor準備 Was hat er gesagt? Auf die Arscher raus. Woher willst du das? Was machst du überhaupt? Das hält nicht. Der tut Kopfhörer so anders. Halt, du hast das Gras selber rausgenommen. Also Leute. Der sagt einfach, dass wir nicht zählen. Du bist dran. Du bist dran. Die Musik ist nicht so leise. Nein, das war schon gut. Los geht's. Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Nein. Nein. Seid ihr Arschlöcher? Nein. Seid ihr Arschlöcher? Nein. Seid ihr Arschlöcher? Oh Gott. Seid ihr cool? Seid ihr cool? Ja, beide. Eins, zwei, drei. Buta. Busta. Monster. Buta. Busta. Buta. Buta. Brussade. Zonntag. Mustap. Buta. 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 Was, Bro? Geh doch nach Hause, Junge. Tschüss. Egal, Bro. Mein Bus kommt nicht. Mit Brüder chillen? Was spielst du von uns, Bro? Was soll ich spielen? Halley. Halley. Ah, Junge. Macht direkt. Alles zum Auge, aber bis dich. Ja, Leute. Wir haben heute so ein Video gemacht. So ein Video gedreht. So mit blödem chillen Video. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben heute so ein bisschen gechillt. Passt auf euch auf und ciao. Was, Bro? Okay.